Hallo zusammen und willkommen. Heute sprechen wir über die wirksame Hilfe aus der Natur und die heilsame Wirkung der Petersilie. Petersilie ist ein beliebtes und bekanntes Küchenkraut. Glatte und krause Petersilie verfeinert viele Gerichte nicht nur optisch und geschmacklich. Sie enthält auch zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Petersilie kann so manchen Multivitaminpräparat Konkurrenz machen. Die Blattpetersilie enthält bedeutende Mengen der Vitamine A, B1 bis B6, Vitamin C, Beta-Carotin, Folsäure und Vitamin K. Auch der Mineralstoffgehalt kann sich sehen lassen. Das Kraut punktet mit einem nennenswerten Gehalt an Calcium, Eisen, Kalium, Mangan, Magnesium, Phosphor und Schwefel. Das intensive Petersiliengrün entsteht durch den hohen Chlorophyll-Gehalt. Mit Hilfe von Chlorophyll betreiben Pflanzen Photosynthese. Die Substanz soll die Tätigkeit von Leber und Nieren unterstützen und sie gilt als geruchsbindend. Genau deshalb kauen manche Menschen Petersilie für einen frischen Atem. Abgesehen von Chlorophyll besitzt die Petersilienwurzel ähnliche Inhaltsstoffe. Petersilienwurzel wird meistens für Suppen und Eintöpfe verwendet. Petersilie wird aber auch zur Unterstützung beim Abnehmen und beim Fasten sowie bei der Behandlung von Diabetes eingesetzt. Vorbeugen kann sie zur Erhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels beitragen. Sie unterstützt das Immunsystem und wirkt entzündungswidrig. In der Naturheilkunde wird Petersilie auch als Aquaretikum eingesetzt. Damit ist ein antreibendes Mittel gemeint, das zur Durchspülungstherapie eingesetzt wird. Nieren und Blase werden aktiviert. Und das führt zwar zur vermehrten Wasserausscheidung, aber nur in geringen Mengen zur Ausscheidung von Elektrolyten. Dadurch wird die Einnistung von krankmachenden Keimen wirksam verhindert. Die Umstellung des Körpers, zum Beispiel während der Schwangerschaft, Übergewicht häufiges lange Stehen und generell ein Mangel an Bewegung, führt häufig dazu, dass sich Gewebswasser in den Beinen und Füßen ansammelt. Auch manche Medikamente sowie die Gewohnheit, sehr salzig zu essen, kann dazu beitragen, dass die Füße anschwellen. Wie beschrieben, durchspült Petersilie den Körper und wirkt dabei entwässernd. Dabei wird überschüssiges Wasser aus dem Körper entfernt, die Gefahr von Öndem wird verringert. Weil Petersilie auch eine gute Kaliumquelle ist, bleibt trotz der diuretischen Wirkung der Kaliumspiegel im Normalbereich. Petersilie Petersilie ist ein seit Jahrhunderten bewährtes Mittel in der traditionellen Volksheilkunde. Er kann bei Betroffenen wahre Wunder bei dicken Beinen bewirken. Ein Petersilie wirkt harntreibend, antimikrobiell, blutreinigend, entwässernd und entzündungshemmend. Und so bereitest du ihn einfach zu Hause zu. Verwende die Blätter, Stängel, Früchte oder Wurzeln. Zunächst werden die Pflanzenteile zerkleinert. Ein bis zwei Teelöffel werden davon in eine große Tasse gegeben. Dann wird ein Viertel Liter Wasser zum Kochen gebracht und über die Petersilie gegossen. Nun lässt du das Ganze 10 Minuten lang ziehen, denn so entfaltet er seine volle Wirkung. Jetzt den Tee durchsieben und nach Geschmack mit Honig süßen. Trinke pro Tag ein bis zwei Tassen des Tees. Hier noch ein wichtiger Hinweis. Petersilie in Tee kann die Muskulatur der Gebärmutter anregen. Deshalb sollte er während der Schwangerschaft nicht verwendet werden. Petersilie in Tee ist wegen der muskelnanregenden Wirkung generell nicht zur Daueranwendung geeignet. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.